ja jo leute was geht ab der polen am start herzlich willkommen zu einer neuen folge taget und ja ich hab ein stimmbruch spaß bei euch ansehen leute herzlich willkommen zu einer weiteren folge taget mit mir dabei wieder mal epic hallo mann wie ansage war mir mal richtig epic junge naja was machen wir heute ja ich baue jetzt den technikraum zu ende und platziere heute wahrscheinlich den oder warte ich boke start ich muss auf start klicken äh, so, äh, he, he, timer und, äh, platziere heute wahrscheinlich, äh, den, Generator und meine Spitzhack ist kaputt gegangen, fuck it, schon wieder, wie schnell die Spitzhacken, mein, du willst jetzt, wollt grad sagen, deine Spitzhacken gehen irgendwie permanent kaputt, ja, weil ich die ganze Zeit abbaue, ich, hallo, Eisenspitzhacken, was, Junge, ich mach mir jetzt meine, äh, nicht Redstone, sondern eine Ruby-Spitzhacke, einzeln, ne, ne, Ruby, 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 weiß, ja, ja, rot, blau oder lila? Rot, deswegen auch Ruby, Rubin, ah ja, das stimmt, Rubin, ah ja, oh man, die Kommentare, äh, was für ein Voll-Deb, Rubin ist immer rot, hm, hauht mich nicht, ja, alles okay, alles okay, es gibt einen Grund, warum ich Epic-Fails heiße, also, von daher, alles gut, genau, wenigstens hätte die Rubin-Spitzhacke, genauso lange aus wie eine Diamantspitzhacke, ja, kann aber nicht alles abbauen, oder? Äh, das weiß ich jetzt nicht, also, ich hab gehört, die ist so gut, beim abbauen wie eine Eisenspitzhacke, aber hält genauso lange wie eine Dia-Spitzhacke, aber ich bin mir nicht so sicher, genau, naja dann, aber ich weiß, dass man damit auch Diamanten abbauen kann, das hab ich nämlich auch gehört, ja, aber ich glaub, kein Obsidian, also, ne, das nicht, das nicht, das nicht, war aber, was ich mal probiert habe, ist, ob, äh, die Mining Turtle, auch Bedrock mit abbaut, und ja, sie baut Bedrock mit ab, aber, die kriegst du nicht, den Bedrock, der wird nicht eingesammelt, was ist denn die Mining Turtle? Äh, das ist wie ein Computer, der für die ganze Zeit minnt, also, also, sowas wie Query, oder wie? Ja, bloß, äh, da musst du Kohle reinpacken, und dann, äh, gibst du dort eins, äh, der kann, also, dieser Computer, der kann Strip Mining machen, der kann dir ein Quadrat ausbuddeln, und alles mögliche, Alter, mhm, ja, so, ich hol jetzt mal den, warte, was soll ich als Boden machen im Technikraum, was würdest du jetzt sagen? Boden im Technikraum? Wolltest du nicht Marble da reinhaben? Ne, das hab ich in den Wänden drin, Marble Bricks. Ach, so, in den Wänden. Ja. Hm, was machen wir dann denn für den Boden? Holzböden wäre irgendwie blöd, oder? Ich weiß nicht, wie das aussieht. Ja, ähm, ich kann ja... Probier's mal aus. Was? Probier's mal aus, es gibt ja so ein ganz, ganz helles Holz. Ja, dieses... Eichen oder so. Birkenholz. Genau, Birkenholz. Aber ich, ich hab hier keinen Birkenbiom in der Nähe. Oder Birken. Naja, allgemein. Das heißt, ich müsste dann auf Expeditionen-Tour gehen und so. Oder warte, ich mach dir mal hier kurz, äh, Screenshot und lad den hier mal in P-Speak hoch und dann sagst du mir, was für Boden und Decke rein soll. Jop. LOL. 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 LOL ist ein anderes Spiel. Java wird Schirmmaschine. Not buying, uh, not great enough memory. Nein, ich hab genug Memory. Das ist ein Spielbug. Ich weiß es. Ich hab genug Memory drauf. Ich weiß es. Memory. Memories. Immer wieder sonntags kommen die Memories zurück. Jaja, die Aufnahme läuft und jetzt gegen den Screenshot. Sag ich doch. Das war nur ein scheiß Spielbug. So. Ah, dann ist ja gut. Ja. Ich lad's mal hier bei Laber-Eck hoch, ja? Nö. Immer wieder sonntags kommen die Memories. Fuck, jetzt hab ich wieder ein Ohren vor dem scheiß Lied, ey, man. Warum dat denn? Fuck, mich nur nicht, ey. Du fragst mich hier Sachen und ich weiß nicht, woher ich das wissen soll. Modpacks, Techlight, Screenshots, da ist es. Ja, ist okay. Mach hier. Ja, verschiebt dahin. Ähm. Wollen wir sehen, wo ist jetzt das Bild? Das Bild, das Bild ist da. So, ich lad's jetzt hoch, ja? Ejo. Ähm. 5% du kannst es jetzt schon bei runterladen. 17, 23, 27, 30, 34, 39, 50. Boah, das war knapp. Ja, ja, okay, ich werd jetzt zerstört wahrscheinlich. So, okay, kannst du es jetzt runterladen, muss ich mir sagen. Jo, bei Laberecke ist das. Jo, bei Laberecke ist das so. Es regnet, es regnet, die Erde wird nass. Was, genau, wieder epic, der, was? Was, 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 was? Was, was, was? Wollten wir jetzt schon wieder? Ne, nix, nix, nix. Was, ich, äh, sag doch gar nicht. Ach so, sah Marvel aus, stimmt ja. Genau, genau. So, und jetzt sag mir, was ich als Wand machen soll, äh, als Boden. Also, ich habe Oakwood Planks im Inventar noch. Ja. Und ich hätte noch Rubberwood. Äh, was kann ich... Wie sieht Rubberwood aus? Aus dem Rubberwood kann ich Dschungelwood machen. Mhm. Ja, aber... Kommt halt drauf an, wie dein, dein Texture Pack aussieht, ne? Und die ist einfach mal auch so zwei, drei, drei. Ganz ehrlich, egal, ich mache alles. Äh, Dschungel sieht sogar recht nice. Machst du nebeneinander? Na, Dschungel sieht nice aus, ich mach Dschungel. Also, ich habe es jetzt nur gecraftet und Dschungel sieht mega real geil aus. Real. Ey, kennst du dieses eine Lied? Das habe ich bei meinem Kumpel gehört. Bist du real? Kennst du das? Ja, das kenne ich. Ah ja. Als diese Hook kam, habe ich so gesagt, zu meinem Kumpel... Nee, ich bin Lidl, weißt du? Hehehehe. Nein! Ich habe kein... Oh man, ich habe kein Weiß mehr. Okay. Witzig, dass jeder so an den Shop denkt. Ja, kein Wunder. Bist du real? Bist du real? Bist du real? Nein, ich bin Lidl. Oder Algi. Ich denke mir die ganze Zeit so nur so... Nein, ich bin Kimi. Denk mal ein bisschen drüber nach. Wart, bist du? Kimi. Hallo, real... Realschule und so. Achso. Deil. Ja. Du holst mega Tore aus. Denkfehler, ich weiß. Ja, ich habe es gemacht. Du bist der einzige, der an Schule direkt denkt. Hehehe. Hehehe. Oh mein Gott. Was? Mongo, Eier oder Scheiß? Wer würde denn bitte an Schule denken, dass man ein Lied hört? Ja, ja. Ja, ja. Jemand, der gerade frisch aus der Schule gekommen ist und dieses Lied hört, vielleicht? Nein. 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 Ich bin Lange. Schon gut. Ja. 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 Aber deswegen gibt ihr mich ja. Nein. Nein. Ja, ja, Paddy. Gestern Nacht hast du was anderes gesagt. Nein, das war ja nur weil er was im Arno... Was? Arnos? Was? Ja, ja. Du betrügst also auch deine Freunde, ne? Hä? Ich? Ja, ja. Nee, ich bin treu. Hm. Das sagen sie alle, am Ende sind sie doch schon. Hehehe. Ey, mein Spruch zu klauen, Alter, den habe ich so oft gebracht, ey. Okay, der Boden... Der Boden sieht mega nice aus. Was soll ich jetzt Decke machen? Oder die Decke lasse ich noch, weil jetzt mache ich erstmal hier schön rein. So. Schön jetzt alle drin. Kannst ja alles reinstecken. Mhm. Mit reinstecken kennst dich auch, ne? Ja, Siggi. So, Generator. Ich habe auch schon ein paar Kopferkabel. So. Jetzt ist die Frage, wo packe ich den Generator hin? So. Das ist der Generator. Verkackt. Kaputt. Hehehe. 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 Die regt einfach mal so als erstes. Oh, schon verkackt. Kaputt. So, habe ich noch Erde, habe ich noch Erde, 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 dort, dort, da ist dort. Oh, die Dörter. Haha. Hehehehe. Oh Gott, deine Sprüche gerade, ey. Ja, die sind mega, wa? Ah, naja. Die Dörter. Vor allem, es gibt, äh, diesen Namen gibt's wirklich. Dörter. Eine Mischung aus Döner und Torte. Okay. Was ist denn das gehört? Naja, wenn Eltern im Osten ihre Kinder Kevin nennen wollen. Aber es ein Mädchen wird, der nennt sie's Dörter. So. Eine Mischung aus Döner und Torte. Hehehe. Oh Mann, ey. Nur Drogenkinder und Ossis heißen Kevin. Und damit krieg ich jetzt so viel Flame ab, Alter. Oh mein Gott. Ja. War mal richtig. Vor allem, weißt du, wo ich das gehört habe? Hehehe. Das ist so banal, Alter. Ich hab mal mit nem Kumpel zu Hause gechillt. Und wir hören so ein bisschen die Musiksammlung durch, die wir hier so angesammelt haben. He? Und, äh, ja. Auf einmal kam Michael Mittermeier hervor, weißt du? Oh Gott. Ja. Und das blieb im Kopf. Oh Gott. Ganz banale Geschichte, Junge. So. Jetzt mach ich auch grad noch ein bisschen Terraforming, weil, äh, ich wär hier ne, vor meinem Haus ne schöne, gerade, schöne grüne Fläche haben. Die sieht aber trotzdem noch natürlich aus, muss ich nicht sagen. Aber, ist halt, gerade Fläche, ne? Höh. Jo, joa. Kiss ich nicht. Na dann mach mal. Oh, Alter, die Berge hier, die hier sind, Alter, die sehen so geil aus, ne? Hm. Mhm. Oh, hier ist ne Höhle, Leute. Ich wusste gar nicht, dass hier ne Höhle war. Läuft. Aber die Steinschaufeln gehen auch immer voll schnell kaputt, ey, das ist voll ein bisschen scheiße. Irgendwas ist... halt nervig. Ja, aber... Das ist lustig. Vielleicht geht halt irgendwann kaputt, ne? Ist ja voll realistisch und so. Minecraft. Ja, ja. Minecraft ist total realistisch. Ja. Das ist der neue realistisch Simulator, Junge. Normal. Realistic Simulator, Junge. Realistic Sim. Nee, Realistic Simulator, Junge. Oh, mein Gott. Captain Niveau. Wir sinken. Wir sinken. Wir sinken. Wir sind beide gleich, Alter. Ach, du Scheiße. Na ja, was machst du denn im Minecraft? Grad. Terraforming. Wat? Wie wat? Wat für ein Ding machst du? Terraforming. Was hat das denn heißen? Äh, ich forme die Landschaft so, um dass sie mir so gefällt, wie sie ist dann. Okay. Das heißt, äh... Naja, es gibt hier in dieser Gegend, wo ich mich jetzt hin gepflanzt hab, hier in Minecraft, einige Wasserstellen und die mag ich nicht so, weil die nicht so schön hier rein passen. Und ich mach den ganzen Sand weg, der hier so noch ist an dem Wasser und mach das komplett alles dicht, sodass es auf einer Ebene ist, damit es geil aussieht. Ach so. Ja, und das ist Terraforming. Das Terraforming. 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 Das hättest du dir aber denken müssen, nur vom Namen her, ne? Ja. Flame Team, Flame Team. Wenn man zockt. Flame Team. Aber wenn man so zockt nebenbei, dann, ne? Ja. Darf nicht. Das ist das nicht so einfach. Ja, wird schon recht nice aussehen, hier die Ecke. Gefällt mir. Thumbs up. Wenn euch auch diese Ecke gefällt, lasst auch ein Like. Ich mach mir jetzt mal, ich mach mir jetzt mal ne Saphir Schaufel. Welche Farbe hat denn Saphir? Oh Gott, jetzt blau? Richtig. Oh. Und so. Glück gehabt, Junge. Jetzt kämen noch mehr Flame. Ja. Was, du kennst die Farbe nicht, was bist du denn für ein Noob? Was hat ich heutzutage gesagt, ne? Oh. Noob. Direkt Mungo. Mungo. Warte mal, was gerade ist. Dein Munger. Nein, der Timer hat zugeschlagen. Die 15 Minuten sind um, meine Liegen vorne. Aber, ganz ehrlich, ich breche jetzt meine eigene Regel wieder. War ich doch andauert. Und baue hier noch kurz, äh, dieses Wasser noch zu Ende. Zu. Ja, wenn man noch was Kleines macht, dann kann man das hier auch zu Ende bringen. Genau. Fuck, Alter. Genau. So wie sie sieht mit kleinen Dingen aus, aber. Oh, ha. Oh, ho, ho. Oh, Alter, damit hast du, oh, alter. Oh, ha, Alter. Er meint's mir ernst. Er meint es mir ernst. Er meint es mir ernst. Quatsch. Also da hat Peppy gestern Abend was anderes gesagt. Ja, okay. Was zwischen euch im Bett abläuft, das weiß ich ja nicht, ne. Ja. Ich meine, was... Was im Vegas Bett bleibt, bleibt im Vegas, ne. Hahaha. Dein eigener Spruch, ne. So. Klauen kannst du gut. Ja. Ich könnte jetzt einen richtig harten Spruch nennen, aber... Also ich liebe. Wär wahrscheinlich gesünder für dich. Ja, wahrscheinlich. Lol, hier ist Lehm. Was, Leben? Lehm. Ach, Lehm. Lehm. Lehm, Lehm. Direkt abgebaut, ey. Leute, da ist ja noch mehr Lehm. Uh, Torpedos. Ey, du musst dir dieses Spiel echt mal holen, man. Also Leute, schreibt in die Kommentare, falls ich mir wirklich dieses Spiel da holen soll. Und davon ein Let's Play mit Epic machen soll. Schreibt es mir bitte in die Kommentare, dann werde ich das auch machen. Das macht gar nicht, welches Spiel du. Ja, das schreibe ich dann unten in die Beschreibung. Oder ich erwähne es jetzt gleich. Oder du erwähnst es jetzt gleich. Achso. Na wen doch? Siehste, da sagt der gar nichts mehr. Der weiß nicht, wie das Spiel heißt. Okay. Also. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt... Packet. Äh, was, 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 was? Du wolltest nicht... World of Warships. World of Warships. Also, wenn ich dieses Spiel World of Warships zocken soll, ja. Wenn ich das wirklich zocken soll, dann schreibt das mal bitte in die Kommentare. Und ich werde das dann let's playen mit dem Epic. Und dann macht ihr auch eigentlich meinen eigenen Channel. Ja, das würde ich dann auch machen, ja. Und da wird der YouTube-Star. Boah, ich mach den Generator mal kurz vollenden mit Energie. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Alright, bis zum nächsten Mal. Macht es gut und ciao, ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal.